Kann ich nicht hier abkürzen? Ich kann es doch einfach auf den normalen Weg fahren der ziemlich unproblematisch ist Er kürzt ab Ok, nee Yoshi, Fafor Wir müssen Neo gleich rechts irgendwo aus dem Wald ziehen Wie bitte? Fafor, Neo kürzt ab Wir müssen entweder gleich rechts aus dem Wald ziehen oder er fällt plötzlich aus dem Unterholz uns in die Seite oder so Wie ein Dropbear Ah ja, hier sind die Seventinen Moment, ich komme Ich muss glaube ich einmal zurücksetzen Ich wollte gerade sagen das ist ja schon sehr vielversprechend wenn du das schon mit dem kurzen Truck nicht schaffst Ich würde sagen eingeparkt, oder? Geht so Toll ist wie sich der Hinterreifen noch dreht Ja Komm, jetzt zieh das aber auch durch geradeaus, los Wenn Yoshi mich erstmal repariert Es sind noch ein paar Abhänge Richtig zu toll Warte Warte Danke Ich glaube dein Motor ist aus, kann das sein? Ja Warte 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 Das ging doch ganz gut Bin ich auch. Guck mal, wer den ADAC an. Du bist der ADAC. Komm vorbei, los. Ich steh schon neben dir. Das fehlt noch. Vorbeifahren, du musst von der anderen Seite ziehen. Ich bin nicht von garieren, wenn du mir vorbeifährst. Auf. Ich glaube, so kriege ich dich nicht wieder ausgerichtet. Doch, kriegst du. Du fährst jetzt da um die Kurve. Erstmal reparierst du mich. Danke. Jetzt um die Kurve fahren, ein Stück. Warte, ich hab gerade... Jetzt gleich geht's wieder. Puh, Scruffy, du wackelt. Scruffy, was machst du da? Das muss so. Oh, das muss nicht so. Ich wollte gerade... Oh, 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 oh. Das war... Oh, 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 oh. Auf. Okay, der hat jetzt. Der war... Ich hab ihn schon rutschend gesehen gerade. Also, was soll ich jetzt machen? Erstmal ein bisschen die Kurve rein. Neo da aus dem Weg räumen. Fahren wir nach unten. Ja, genau. Fahren wir nach unten und bringen dann die Winde an ihn. Ja, quasi zwischen den Birken. Da, da musst du stehen. Dann möchte ich ziehen. Genau. Ja, halt hinten, von hinten beim hier vorne anbringen. Dann ziehst du die Winde ein. Warte, ich guck mal, ob das geht. Ja, geht. Ich will euch noch schieben. Die, du Sau! Ja, ja. Du hängst auf zwei Bäumen. Aber du musstest den Motor wieder ankriegen. Nee. Nicht? Doch, doch, jetzt. Gapi, du siehst das Problem, ne, bei Neo? Ja. Ja, von wem ist das Neo wert? Du fährst jetzt schon eine gute Idee. Natürlich, ich komm ja auch noch an Yoshi vorbei. Yoshi, fahr mal weiter. Yoshi, fahr mal bergrunter. Und zieh mich dabei. Oh, das will ich sehen, das will ich sehen. Moment, was siehst du denn da? Dich! Ah. Ja, ja. Sehr gut. Ich bin nicht so ganz aufgeregt. Ich bin gerade. Ich bin nicht so ganz aufgeregt. Ich bin gerade. Ich bin gerade noch nicht so aufgeregt. Ich bin gerade noch an den Kopf. Ja. Ich bin gerade noch aufgeregt. Ich bin gerade noch aufgeregt. Die, warum man nicht mit Neo fahren sollte, Ural-Egizierung. Schlamm-Egizierung. Wisch, ich glaube, wenn du mir einfach mit der Hangbeziehung unterlässt, kann ich mich aufrichten. Breff, ich schieb doch mal ein Stück nachher jetzt. E tu, Bruteen! Könnte ich den Berg weiter runter purzeln und gucken, ob ich nicht. Aber hier sind zu viele Bäume im Weg, glaube ich. Ich glaube, wenn jetzt jemand hinten zieht... Ruffy, versuch du jetzt mal von hinten zu ziehen. Ich glaube, ich bin nicht der Richtige dafür. Ruffy? Ja? Mal gucken zur Seite. Sagt, dass du dich nicht versenkst dabei. Neo, schau auf meinen Avatar. Eine gute alte Top-Get-Tradition. Wir sind ja nicht bei den Marines. Jörschi, du musst mich retten, du bist der Reparier-Truck. Ja, ich habe schon jetzt keine Reparier-Punkte mehr. Ja, die habe ich jetzt. Und jetzt hinten festmachen und ziehen, das könnte klappen. Und Bremse anziehen dann nicht vergessen. Ja. Nee, das klappt nicht. Obwohl, doch. Ja. Reicht. 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 Rauch, das noch länger. Ich glaube, ich fahre eben zur Garage zurück. Scruffy kann man bitte zurück. Ich habe, wenn ich eins gelernt habe, wenn jemand das hier ist, ich habe nur noch den Rest von den Zappeln gesehen. Auf keinen Fall ein Karte-Tätschen, was auf dem Dach liegt. Und anscheinend nimmt das Priorität. Jetzt geht es mir ins Wasser. Achievement, ich bin klein da. Wo kletterst du denn? Das jetzt hießen sollte ich bekommen. Ich ziehe die Füße hin. Ich habe mal ein Bild gemacht. Wenn jemand fragt, ich habe dich gezogen. Ja. Genau so war es.